Und ab jetzt geht es auf die Jagd der Ordensmitglieder und wir fangen mit Redwald an. Ich bin ein Schmuck. 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 Ich hätte dort bleiben sollen. Starb der Heilige Ciara mit seiner Axt in der Hand? Man wird den heiligen Chiala dafür verehren, dass er nicht zur Axt griff. Hätte ich nur auch so gehandelt, wäre ich nur nicht auf dem Pfad der Gewalt gewandelt. Die alten Götter werden mit der Zeit verblassen. Möge Gott mir meine Sünden vergeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017